Der Landesbeauftragte für den Datenschutz ist der Datenschutzbeauftragte eines deutschen Bundeslands. Er überwacht und berät die öffentlichen Stellen des Landes in Fragen des Datenschutzes. Im Rahmen dieser Aufgabenerfüllung ist er unabhängig, weisungsfrei und nur dem Gesetz unterworfen. In den meisten Bundesländern ist er zugleich die zuständige Aufsichtsbehörde nach 38 ABS. 6 BDSG über nichtöffentliche Stellen im Anwendungsbereich des dritten Abschnitts des Bundesdatenschutzgesetzes. Die Rechtsstellung und die Befugnisse des LFD sind in den jeweiligen Landesdatenschutzgesetzen geregelt. Die Landesdatenschutzbeauftragten von Berlin, Brandenburg, Bremen, Hamburg, Mecklenburg-Vorpommern, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz, des Saarlandes, Sachsen-Anhalt, Schleswig-Holstein und Thüringen sind außer für den Datenschutz auch für die Informationsfreiheit bzw. für das Akteneinsichtsrecht zuständig. Außer in Bayern sind die Landesbeauftragten für den Datenschutz darüber hinaus auch für die Datenschutzaufsicht im nichtöffentlichen Bereich d.h. bei Wirtschaftsunternehmen, Vereinen, Verbänden oder Parteien zuständig. In Bayern besteht hierfür ein eigenständiges Landesamt für Datenschutzaufsicht mit Sitz in Ansbach. Im Zuge der Umsetzung eines Urteils des Europäischen Gerichtshofs vom 9. März 2010 unterliegen die Landesdatenschutzbeauftragten auch bei ihrer Aufsichtstätigkeit im nichtöffentlichen Bereich keine Aufsicht durch andere staatliche Institutionen mehr. Die ursprünglich in vielen Ländern bestehende Rechtsaufsicht der jeweiligen Landesregierung gewährleistete nach Ansicht des Europäischen Gerichtshofs nicht die erforderliche Unabhängigkeit der Aufsichtsbehörden. In einigen Bundesländern ist der Datenschutzbeauftragte Gegenstand einer eigenen Verfassungsregelung, die sein Amt beim Präsidenten des Landtags einrichtet. Dies scheint eine gewisse Ähnlichkeit zum Modell des Wehrbeauftragten im Bund zu haben. Zusammen mit dem Bundesdatenschutzbeauftragten bilden sie die Konferenz der Datenschutzbeauftragten des Bundes und der Länder. Landesbeauftragte für den Datenschutz Baden-Württemberg Ruth Leutze Werner Schneider Peter Zimmermann Jörg Klingweil Bayern Konrad Stollreiter Sebastian Oberhauser Reinhard Vetter Karl-Heinz Wortsfeld Karl-Michael Betzel Karl-Heinz Wortsfeld Thomas Petri Berlin Hans-Joachim Kerkau Hans-Jürgen Gastka Alexander Dix Maja Smolczyk Brandenburg-Dietmar Bleil Alexander Dix Dagmar Hartke Bremen Hans Schepp Alfred Bülisbach Stefan Walz Sven Holst Imke Sommer Hauptartikel Hamburgischer Beauftragter für Datenschutz und Informationsfreiheit Klaus Henning Schaper Hans-Hermann Schrader Hartmut Lubomiaschi Johannes Kasper Hessen-Willi Birkelbach Spirosemitis Winfried Tassemer Rainer Hamm Friedrich von C. Schwitz Michael Ronellenfitsch Mecklenburg-Vorpommern Werner Kessel Karsten Neumann Reinhard Dankert Niedersachsen Klaus Thebart Gerhard Dronsch Burkhard Nedden Hans-Joachim Walbrink Barbara Thiel Nordrhein-Westfalen Heinrich Weyer Hans-Meier Bode Bettina Sokol Ulrich Lepper Helga Block Franz-Josef Bieschel MDL Geschäftsführendes Mitglied Walter Becker Direktor beim Landtag Landesbeauftragter für den Datenschutz Walter Rudolf Edgar Wagner Dieter Kugelmann Saaland Gerhard Schneider Bernd Dannemann Karl Werner Albert Roland Lorenz Judith Thieser Monika Gretel Sachsen-Thomas Giesen Andreas Schurig Sachsen-Anhalt Klaus-Reiner Kalk Harald von Bose Schleswig-Holstein Ernst Eugen Becker Helmut Bäumler Thilo Weichert Marit Hansen Thüringen Silvia Liebaug Harald Stauch Lutz Hasse combinations goat lutz I Untertitelung des ZDF, 2020